Ich glaube, der Goldpreis wird immer weniger beeinflusst von Zürich, New York, London etc. und immer mehr von Dubai, von Shanghai, von Mumbai. Ich glaube, wir hier im Westen sollten da ein bisschen mehr in Richtung Osten schielen und uns auch wirklich ganz, ganz akribisch die Goldmärkte dort vor Ort ansehen. Hallo und herzlich willkommen bei Filoro TV. Ich bin Jochen Brandl, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wer sich auch nur ein bisschen für Gold und Edelmetall interessiert, der oder die schaut natürlich einerseits unseren YouTube-Kanal, aber er oder sie freut sich auch immer auf diese Zeit im Jahr, denn da gibt es heuer zum inzwischen 18. Mal den In Gold We Trust Report von Ronny Stöfferle und Marc Wallek von der Incrementum Vermögensberatung. Und deswegen freue ich mich heute besonders auf meinen heutigen Gast, Ronny Stöfferle. Herzlich willkommen im Goldwerk, herzlich willkommen bei Filoro. Servus Jochen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Bevor wir irgendwas anderes besprechen, kannst du unseren Zusehern in ganz kurzen Worten, falls jemand noch nicht weiß, was der In Gold We Trust Report ist, erklären, wo ist das eigentlich? Das Wall Street Journal hat einmal geschrieben, es ist der Goldstandard, das Gold Research. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Es ist der wahrscheinlich längste, vollumfänglichste Gold Report der Welt. Es ist hoffentlich, das ist zumindest unser Anspruch, auch der beste. Also es arbeiten 20 Personen daran, einmal im Jahr wirklich alle möglichen Aspekte der Goldwelt abzudecken. Das Ergebnis ist dann eben der In Gold We Trust Report, der kommt eben, wie du gesagt hast, heuer zum 18. Mal raus. Auf Deutsch, auf Englisch, auf Mandarin in einer Kurzversion und auch auf Spanisch in einer Kurzversion. Das ist quasi so unsere ganz zentrale Publikation. Aber rundherum gibt es auch noch viele monatliche Publikationen, Spezialreports etc. Jedes Jahr denke ich mir, was werden wir heuer schreiben? Und dann am Ende denke ich mir, wahnsinn, ich hätte noch 200 Seiten schreiben können. Weil das Thema Gold nach wie vor für mich nach 18 Jahren unglaublich faszinierend ist. Wir steigen gleich ins Thema ein, aber ich muss zuerst noch ganz kurz die aktuellsten Ereignisse mit dir besprechen. Am Wochenende haben wir den nächsten Höchststand gesehen, über das Pfingstwochenende, 2450 Dollar, die Unze ungefähr. Was ist passiert? Kannst du uns das kurz einordnen? War es wieder China? Waren es die Notenbanken? Was war los? In erster Linie war es natürlich, glaube ich, der Helikopterunfall des iranischen Präsidenten. Aber natürlich auch der Besuch von Wladimir Putin in China, wo man auch ganz klar erkennt, auch wenn man sich das Kommuniqué genauer ansieht, wie eng mittlerweile die Verbindung zwischen diesen zwei Supermächten auch im Bereich Gold ist. Dann kommt aber natürlich auch dazu, dass Gold einfach wahnsinnig viel Momentum im Moment hat. Wir sehen das nicht nur bei Gold, wir sehen das auch bei Silber, wir sehen das bei Minenaktien, wir sehen das auch bei Rohstoffen wie zum Beispiel Kupfer. Da ist im Moment richtig Dampf dahinter. Und insofern merkt man schon auch, dass das mediale Interesse in der westlichen Welt, aber auch das Investoreninteresse markant gestiegen ist in den letzten Wochen. Im letzten Report, im Jahr davor, habt ihr vorausgesagt, dass Gold einen oder eigentlich mehrere Showdowns erleben wird. Habt ihr recht gehabt? Was die zentralen Thesen betrifft, glaube ich ja, aber wir haben bei Gott nicht bei allem recht. Ich glaube, der ganz wesentliche Punkt ist, wir haben gesagt, es gibt einen geopolitischen Showdown, also so diese Entwicklung zwischen eher saturierten Industrienationen, die ein bisschen mit Problemen, Demografie, zu viel Schulden, zu wenig Wachstum kämpfen und auf der anderen Seite die hungrigen Schwellenländer, die sehr goldaffin sind, die meistens auch ein bisschen jünger sind von der Demografie, wenn man jetzt von China absieht, wo wirkliches Wachstum vorhanden ist, wo die Sparvolumina auch sehr hoch sind. Also dieser Showdown, der wird sich auch am Goldpreis manifestieren. Das war der erste Showdown. Der zweite Showdown war konjunktureller Natur, wo wir gesagt haben, diese historisch einzigartigen Zinserhöhungen so schnell und so rasch, das wird Konsequenzen haben in Form einer Rezession. Das ist, was viele westliche Länder betrifft, ist die Rezession eingetroffen, USA nicht. Die haben aber auch einen fiskalischen Stimulus hingelegt, den es eigentlich wirklich in Zeiten der Vollbeschäftigung noch nie gab, also Budgetdefizit von 8 Prozent in einem Jahr, wo die Arbeitslosigkeit unter 4 Prozent ist. Das hat es noch nie gegeben. Dieser Showdown, speziell was die US-Konjunktur betrifft, der lässt noch ein bisschen auf sich warten. Und der dritte Showdown war dann beim Goldpreis, wo wir gesagt haben, wir flirten jetzt mit dieser Widerstandsmarke bei 2000, 2050, schon seit einer Weile sind wir kurz drüber gegangen, aber wir haben diesen Ausbruch noch nicht gesehen. Und dann jetzt schlussendlich im Frühjahr 2024 sind wir da wirklich nachhaltig, mit viel Zug über diese Widerstandszone drüber gegangen und dann steigen natürlich auch viele CTAs, sagt man, also Trendfolger, eher technisch orientierte Marktteilnehmer, die springen dann eben auch auf diesen Trend drauf und verstärken ihn. Also insofern würde ich sagen, es war nicht so schlecht, was wir im Vorjahr geschrieben haben, aber die Grundthese war ja auch immer, dass sich Gold im Bullenmarkt befindet und dass wir vorausgesagt haben, dass wir auch auf Dollarbasis neue Allzeithoch sehen werden. Und ich glaube, das haben wir ganz schön vorausgesagt. Es scheint so, als wären neue Zeiten angebrochen fürs Gold. Man hat irgendwie das Gefühl, so wie du gesagt hast, dieser lange Widerstand, der ist endgültig gebrochen. Ihr schreibt jetzt auch, der Titel ist das neue Gold Playbook. Es gibt neue Regeln. Gelten die alten Regeln gar nicht mehr? Nein, ich glaube, man muss die alten Regeln ein bisschen anpassen. So Dinge wie Realzinsen beispielsweise, Investorennachfrage aus dem Westen. All diese Dinge würden eigentlich einen niedrigeren Goldpreis suggerieren. Also irgendwas hat es da, irgendwas hat sich verändert. Und dann haben wir gesagt, okay, das Playbook hat sich scheinbar wirklich verändert. Und das kann man, du hast das im Goldreport wahrscheinlich gesehen, gibt es viele Sportanalogien auch. Und wir haben dann eben für den Einstieg eine Regeländerung aus der Welt des Schachs eingebaut. Wo man Ende des 15. Jahrhunderts hat man die Regeln beim Schach verändert. Die Dame durfte bis dahin nur ein Feld diagonal ziehen und wurde dann eben massiv aufgewertet. Weil sie eben beliebig viele Felder waagrecht, diagonal und senkrecht ziehen durfte. Und plötzlich eben die wichtigste Figur am Schachbrett geworden ist. Und ähnlich sehen wir es auch am Goldmarkt, wo sich das Playbook verändert hat. Wo die Emerging Markets wirklich jetzt letztendlich das Ruder übernommen haben. Und wo man sich, glaube ich, als Investor auch ein bisschen anpassen muss an diese neuen Gegebenheiten. Nicht nur als Investor, sondern eben auch als Analyst und als Fondsmanager. Solche Playbooks, die sind nie statisch. Die verändern sich permanent. Man muss sich natürlich auf den Gegenspieler einstellen. Man muss sich auf das Spielfeld einstellen. Man muss sich auf die eigenen Stärken und Schwächen natürlich einstellen. Aber uns war es deshalb ganz wichtig aufzuzeigen, okay, das sind die Dinge, die jetzt plötzlich anders sind. Das heißt nicht, dass wir wieder zurückgehen in ein altes oder ein anderes Playbook. Aber im Moment, da gelten wirklich andere Gesetzmäßigkeiten am Goldmarkt. Es ist auch immer wieder die Rede von so einem Ost-West-Gefälle. Du hast doch gerade China und Russland als mehr oder weniger fast schon einen Block beschrieben vorher. Die enge Zusammenarbeit. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, wie das den Goldmarkt verändern wird in der Zukunft? Ich glaube, die Musi, wie man in Wien sagen wird, die Musi spielt eben zunehmend in den Schwellenländern. Und ich glaube, der Goldpreis wird immer weniger beeinflusst von Zürich, New York, London etc. Und immer mehr von Dubai, von Shanghai, von Mumbai. Also ein paar Zahlen dazu vielleicht. Jetzt rein, was die physische Nachfrage betrifft. Sind China und Indien für mehr als 50 Prozent der Nachfrage verantwortlich? Wenn man jetzt noch Russland, einige kleinere Emerging Markets und vor allem den arabischen Raum dazu zählt, ist man bei knapp zwei Drittel bis 70 Prozent der physischen Nachfrage. Der indische Markt ist beispielsweise wahnsinnig preissensitiv. Da sieht man jetzt auch wieder, dass verstärkt auf Silber umgeschwenkt wird, dass weniger gekauft wird, auch unter anderem, weil jetzt gerade Wahlen sind in Indien. Das hat sicherlich auch einen Impact. Aber generell ist die wirklich physische Nachfrage aus diesen Ländern, aus diesen Regionen wirklich mittlerweile tonangebend. In China kommt jetzt noch ein Sonderfaktor dazu. Die Chinesen sind immer schon sehr immobilienaffin gewesen. Das war wirklich die zentrale Investitionsform, die zentrale Sparform. Nachdem jetzt der chinesische Immobilienmarkt ziemlich bröckelt mit den diversen Insolvenzen und auch wirklich stark zurückgehenden Preisen, suchen die chinesischen Investoren natürlich nach Alternativen. Die Sparvolumina sind hoch. Die sind auch im Zuge der Corona-Krise extrem stark angestiegen. Von circa 80 Prozent auf mehr als 100 Prozent der chinesischen Wirtschaftsleistung haben die Chinesen, die chinesischen Privatpersonen, an Sparvolumen. Also da ist richtig viel Material da. Und dann fragt man sich natürlich, was die Alternativen sind als chinesischer Investor. Wenn der Immobilienmarkt nicht mehr funktioniert. Der Aktienmarkt ist nicht wirklich entwickelt, kommt auch für die wenigsten in Frage. Bitcoin, Kryptos etc. jetzt auch nicht wirklich. Und dann landet man relativ schnell beim Gold. Und deshalb war sicherlich der Tropfen, der das Goldfass zum Überlaufen gebracht hat, war sicherlich die chinesische Privatnachfrage. Aber auch die People's Bank of China, also die chinesische Notenbank, die jetzt 18 Monate in Folge Goldkäufe vermeldet hat. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Statement an die westliche Welt. Ich war im letzten November in Dubai, habe dort einen Vortrag gehalten und dann ein Seminar für Goldhändler aus der Region. Und was die wenigsten wissen, 25 Prozent des gesamten Goldhandels laufen mittlerweile über Dubai. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Dinge, die wir eben auch im Detail erklären. Im Report. Und deshalb die zentrale Aussage, der marginale Goldkäufer ist nicht mehr der westliche Finanzinvestor, sondern der sitzt eben in den Schwellenländern, die eben auch sehr, sehr goldaffin sind. In Indien gibt es 21 verschiedene Wörter für Gold. Ich glaube, wir hier im Westen sollten da ein bisschen mehr in Richtung Osten schielen und uns auch wirklich ganz, ganz akribisch die Goldmärkte dort vor Ort ansehen. Du hast jetzt auch gerade in einem Nebensatz Bitcoin erwähnt. Und es kommt auch im Report vor, es wird immer mehr als Wettbewerber zum Gold eigentlich angeführt. Man spekuliert immer so ein bisschen, ob jetzt quasi die Wachabellöse kommt, ob Bitcoin, Gold auch irgendwann in den Rang ablaufen könnte. Wie schätzt du das ein, ganz kurz? Ich weiß, es gibt da in der Gold-Szene sehr, sehr viele Kritiker, aber man merkt auch, dass da ein bisschen ein Umdenken stattgefunden hat. In erster Linie natürlich jetzt auch, wo es die ETFs in den USA zugelassen wurden. Das heißt, es gibt quasi keine Rechtsunsicherheit mehr. Beide Assets, beide Währungen sind de facto nicht beliebig vermehrbar. Beim Gold ist es eben so 1,6 Prozent. Das ist eben das Angebotswachstum jedes Jahr relativ konstant. Das ist das, was die Minen eben aus dem Boden holen und wie dieser große Goldbestand im Moment wächst. Bitcoin ist mittlerweile sogar härter als Gold. Mit dem letzten Halving liegt eben die Inflationsrate bei 0,7 Prozent im Moment. Und das ist eben auch, was die Zukunft betrifft, im Code vordefiniert, wie viele Bitcoins es in den nächsten zehn Jahren geben wird. Es sind eine Million zusätzliche werden dazukommen. Vielleicht nur ein Vergleich dazu. Beim Gold kann man sagen, im Moment die Förderung bei ein bisschen mehr als 3.000 Tonnen. Wenn es so weiter wächst, sind wir da circa bei, sagen wir jetzt Daumen mal Pi, die hängt natürlich auch vom Preis ab, bei circa 30.000 Tonnen in den nächsten Jahren. Was die US-Staatsanleihen betrifft, da werden wir bei circa 20 Billionen sein in den nächsten zehn Jahren. Das sind die offiziellen Prognosen der Amerikaner, des Congressional Budget Office. Und ich glaube, daran erkennt man schon, dass man als Investor, man sucht natürlich relative Knappheit. Das ist es, was wirklich zählt, in einer Welt, die von Inflation geprägt ist. Bei Bitcoin merkt man, die Käuferschicht ist ein bisschen jünger, ist vielleicht auch risikotoleranter, aber auch junge Leute werden einmal älter, werden vielleicht konservativer. Also es sind auch zukünftige Goldkäufer wahrscheinlich. Auch ein Kapitel in eurem Bericht, ihr schreibt darüber, dass die Zinsen mehr oder weniger die Macht über den Goldpreis ein bisschen verloren haben. Denn wir sehen, die Zinsen sind seit wieder gestiegen und der Goldpreis hat nicht darunter geliebt, ist angestiegen. Auf der anderen Seite erwarten sich aber ganz viele Beobachter, dass der Goldpreis weiter steigen wird, wenn die Zinsen wieder sinken. Wie schätzt du das ein? Es kann natürlich auch sein, dass wir eben genau das Gegenteil sehen, dass die Zinsen sinken und auch der Goldpreis dann fallen wird. Das kann man natürlich nicht ausschließen. Der westliche Finanzinvestor, da muss man sich eben nur anschauen, wie sich die ETF-Flows entwickeln. Also Fonds kaufen können oder dürfen Gold gar nicht physisch oft kaufen, sondern müssen das in Form von ETFs machen, Exchange Traded Funds. Und normalerweise hat man immer einen sehr schönen Gleichlauf gesehen. Wenn der Goldpreis gestiegen ist, hat man auch Inflows gesehen bei den ETFs. In den letzten zwei Jahren ist da ein ziemliches Gap aufgegangen. Da gibt es wirklich eine große Diskrepanz. Und das zeigt einfach, dass für die westlichen Finanzinvestoren Gold im Moment nicht attraktiv ist. Und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass viele westliche Finanzinvestoren inhärent diese Annahme haben, dass quasi die Inflation besiegt sei, dass die Zinsen dann auch wieder fallen werden, aber wahrscheinlich auch, dass keine Rezession kommt. Also so dieses Softlanding oder man nennt es jetzt auch eben Never Session. Also wir werden immer weiter wachsen, ohne dass es zu einer Rezession kommt. Das ist ein bisschen so die Konsensmeinung an den Kapitalmärkten. Ich werde ein bisschen vorsichtig. Die US-Konjunktur läuft absolut, aber speziell relativ zu Europa sehr, sehr gut. Aber bei solchen Budgetdefiziten ist es auch nicht verwunderlich. Das ist so, wie wenn ich fünf Red Bull und sieben Espressi trinke, werde ich wahrscheinlich auch wach bleiben. Aber es ist langfristig keine sehr gesunde Vorgehensweise. Und ähnlich ist es eben mit diesem extremen fiskalischen Stimulus. Und wir merken jetzt schon auch, dass diese Grenzen der Schuldentragfähigkeit, die werden langsam erreicht. Das haben in den USA beispielsweise die zweite große Ratingagentur hat jetzt das US-Rating abgestuft. Das Schlagwort war Anything but Bonds. Oder wir schreiben im Goldreport von einer De-Bondization. Die Investoren wachen auf und sehen schon, das ist keine langfristig nachhaltige Strategie, die da auf Ebene der Staatsfinanzen passiert. Und wenn man sich da eben die Entwicklungen anschaut, dass vielleicht auch eine Staatsschuldenkrise, so wie wir es vor einigen Jahren eben in den PICs gesehen haben, also in der Eurozonenperipherie, in den mediterranen Ländern, das kann auch in den klassischen Industrienationen früher oder später passieren. Und das merkt man schon auch zunehmend bei vielen Investoren. Also langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube eine Rezession wird früher oder später passieren. Was passiert da normalerweise? Es werden die Zinsen gesenkt. Man betreibt Quantitative Easing etc. wird es stimulieren. Auch nicht nur monetär, sondern auch fiskalischer Natur. Und ich glaube eben auch, dass eine zweite Inflationswelle sich gerade aufbaut. Leider ist dieses Inflationsbiest nicht besiegt. Es gibt auch zahlreiche Studien dazu, die eben belegen, dass es vier bis sechs Jahre mindestens dauert, bis die Inflation auch aus den Köpfen draußen ist. Deshalb fürchte ich, dass die Notenbanken zu früh die Zinsen senken werden und dann eben diese nächste Inflationswelle richtig losgeht. Und das ist eben diese implizite Erwartung der westlichen Investoren. Das hat im Moment, haben das relativ wenige wirklich am Radar. Du hast bei deinem letzten Besuch im Studio ein Dekadenziel von 4.800 Dollar, die Unse, genannt. Jetzt haben wir in diesem letzten Jahr, seitdem du das letzte Mal bei mir warst, einen massiven Anstieg gesehen beim Goldpreis. Müsst ihr eure Prognose nach oben revidieren? Oder sind wir auf dem richtigen Weg, um dorthin zu kommen? Ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Und ich glaube, wir können uns alle gar nicht ausmalen, was bis 2030 noch alles passieren wird. Weil sich die Entwicklungen auch überschlagen. Ich glaube, das merkt man überall, speziell leider eben auch geopolitischer Natur, aber auch gesellschaftlich. Und insofern, glaube ich, diese 4.800, wo damals jeder gesagt hat, ihr seid sehr wahnsinnig, das wird nie passieren. Wenn man sich das jetzt anschaut, wären das analysiert bis Ende dieser Dekade, Anfang 2030, wären das 12 Prozent pro Jahr. Dann würden wir bei 4.800 landen. Das halte ich für sehr, sehr realistisch. Wenn es jetzt 4.750 sind, wird uns auch keiner böse sein, wenn es 5.000 sind. Ich glaube, das ganz Wichtige, Joachim, ist, wir befinden uns im Bullenmarkt. Das sieht man auch beispielsweise daran, dass jetzt Silber langsam relative Stärke aufgebaut hat, dass die Minenaktien auch nachziehen. Man merkt auch, medial ist das Interesse größer. Man sieht auch, wie schnell es gehen kann. Im Oktober 2023 stand der Goldpreis bei 1.800. Jetzt sind wir da 600 Dollar gestiegen. Das bedeutet auch, vielleicht müssen wir mal ein bisschen durchschnaufen und Luft holen. Vielleicht müssen wir ein bisschen konsolidieren, korrigieren. Das wäre ganz, ganz normal. Aber damals hat Gold wirklich niemanden interessiert. In der westlichen Welt, in den Emerging Markets war es sicherlich anders. Die kaufen auch deutlich stärker antizyklisch als wir. Aber jetzt merkt man, das mediale Interesse steigt. Aber nach wie vor ganz interessant, wir haben da eine Grafik drinnen im Report auch. Die Bank of America hat da Investmentberater, Portfolio Manager befragt. Und 71 Prozent davon haben bei ihren Kunden 0 bis maximal 1 Prozent Goldallokation. Gold ist wirklich in der westlichen Welt bei den meisten Investoren nach wie vor, es ist in aller Munde, aber nicht in aller Depots. Das ist in Asien eben ganz, ganz anders. Und insofern glaube ich, haben wir da wirklich noch einen weiten, langen Weg für uns. Und du weißt das, wir sehen Gold nicht als eierlegende Wollmilchsau. Es ist nicht die Antwort auf alle Fragen, die Lösung aller Probleme. Aber es macht einfach Sinn, Gold im Portfolio zu halten. Aus Diversifikationsgründen, als Sicherheitsgold, wirklich physisch sicher gelagert. Aber auch als Performancegold, wie wir das nennen. Das ist eben in Form von Minenaktien beispielsweise. Silber auch als quasi Gold mit ein bisschen mehr Dampf dahinter. Da wird man auch in den nächsten Jahren, wenn ich mir so die ganze Gemengenlage anschaue, glaube ich relativ viel Freude haben. Aber wie gesagt, das ist keine Einbahnstraße. Es kann jederzeit zu Korrekturen kommen. Und natürlich nach so einem Rekordlauf wäre es auch durchaus wieder gesund, wenn wir vielleicht ein bisschen wieder mal konsolidieren. Wir erleben jetzt, oder es wird vorhergesagt, dass es heuer das vierte Angebotsdefizit in Folge geben wird beim Silber. Also das vierte Jahr mehr Nachfrage als Angebot. Und viele berechnen damit, dass der Silberpreis mit diesem Angebotsdefizit explodieren wird förmlich. Jetzt hat es allerdings die letzten drei Jahre auch schon Angebotsdefizite gegeben. Und der ist zwar gestiegen, ist mit Gold mitgezogen. Explodiert ist der Silberpreis noch nicht? Wird es heuer anders? Und wenn ja, warum? Unsere These war immer, dass sich der Silberpreis nicht emanzipieren kann vom Goldpreis. Also man braucht einen Gold-Bull-Markt, damit Silber wirklich beginnt out zu performen. Also dass das Gold-Silber-Ratio fällt, dass Silber stärker steigt als Gold. Das Angebotsdefizit ist wichtig und da ganz speziell eben die Nachfrage seitens der Photovoltaik-Industrie. Auch ein bisschen aus dem Bereich Elektromobilität, aber ich glaube, Photovoltaik ist wirklich der ganz wesentliche Treiber. Und da merkt man schon, dass dieser Sektor wirklich dominant ist, was die Nachfrage betrifft. Also in Indien hat Adani Green einen Solarpark aufgebaut, der fünfmal so groß wie Paris ist. 500 Quadratkilometer. Und jeder, der weiß, der sich ein bisschen mit Silber beschäftigt, der weiß auch, dass man für Solarpaneele einige Gramm Silber benötigt. Und jetzt mit den neuen Technologien, die energieeffizienter sind, die benötigen sogar noch mehr Silber. Also jetzt wirklich die reine physische Nachfrage, die ist enorm. Aber es ist die Investoren-Nachfrage bei Silber nach wie vor nicht wirklich existent. Unsere These ist jetzt eben, dass eben im Zuge dieses Gold-Bull-Marktes, der jetzt eigentlich in eine neue Phase eingetreten ist, ist, dass viele sagen werden, ist mir auch zu teuer, ich schaue mir Silber an. Silber ist einer der ganz, ganz wenigen Rohstoffe, der noch nicht, also das inflationsbereinigte Allzeithoch sowieso nicht, aber nicht einmal das nominelle Allzeithoch überstiegen hat. Man merkt auch bereits immer mehr in Indien beispielsweise, dass Gold durch Silber substituiert wird. Ich glaube schon, dass, wenn vielleicht auch in der westlichen Welt ein bisschen die Nachricht ankommt, das Gold im Bull-Markt ist, dass dann viele verstärkt eben in den Silberbereich reingehen werden. Und vielleicht noch ein bisschen so charttechnisch, weil es auch ganz interessant ist und auch diese verschiedenen Phasen eines Bull-Marktes ganz gut beschreibt. Wir haben im letzten großen Bull-Markt, 2007, 2008, 2009, hat es einige Anläufer benötigt, dass wir da über die 1000 drüber gegangen sind. Und das ist natürlich psychologisch eine ganz wichtige Hürde. Und als wir dann wirklich ausgebrochen sind, ist der Goldpress dann bis 2011 im Sommer auf 1900 gestiegen. Hat sich fast verdoppelt innerhalb weniger Quartale. Und bei der 2000 war es eben auch so. Wir haben da fast vier Jahre konsolidiert. Und jetzt dieser impulsive Ausbruch. Und in diesen impulsiven Phasen, da war es eigentlich historisch immer schon so, dass Silber Gold outperformed hat. Das heißt, Silber ist nicht nur absolut, glaube ich, relativ günstig nach wie vor, sondern auch relativ zum Gold. Und insofern glaube ich, wenn man die Volatilität vom Silber, also diese teilweise drei, vier, fünf Prozent Tagesschwankungen, wenn man diese Volatilität aushält, wenn man die vielleicht sich auch zum Nutzen macht, dann wird man, glaube ich, auch mit Silber in Zukunft viel Freude haben. Ronny, ich sage vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Goldwerk. Joachim, herzlichen Dank. Wir haben im Vorfeld versucht etwas, du hast gesagt, machen wir es ein bisschen kürzer als das letzte Mal. Ich glaube, wir sind kläglich gescheitert. Es tut mir leid, aber ich hoffe, es war trotzdem interessant. Das macht überhaupt nichts. Es ist wahnsinnig spannend, dir zuzuhören. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gesehen haben, wovon ich ausgehe, unter dem Video finden Sie den Abonnieren-Button, dann versäumen Sie keines unserer Videos. Außerdem freuen wir uns natürlich über Likes und Kommentare unter dem Video oder per Mail an tvstudio.filoro.com. Danke nochmal, Ronny. Danke. Ihnen danke fürs Zuschauen und bis bald.